Yo, was geht ab? Mein Name ist Joe Katululu, aka The Fresh Prince of YouTube, hier am Start mit Alltagsflirt. Und heute haben wir eine Lady, komm mal kurz her, komm mal kurz her, okay? Diese Lady ist so frech und haut uns heute auf den Arsch. Meinen wir zumindest, aber mal gucken was passiert. Es wird gut. Guck dir das Video an, jetzt! Daumen hoch! Ich weiß das nicht. Wirklich. Okay, okay, okay. Das passiert schon. Entschuldigung, also das ist schon ein bisschen respektlos gerade ein bisschen. Also Entschuldigung, das geht so nicht. Entschuldigung bitte, also das geht jetzt so gar nicht, ne? Das geht jetzt so gar nicht, ne? Jetzt sag mal, wie die laufen. Die laufen weg! Entschuldigung, haben Sie mir jetzt gerade auf dem Hintern geklatscht jetzt einfach gerade? Nee. Das geht so aber nicht, ne? Keiner. Ja, genau. Ich bin gerade auf dem Weg. Und ich müsste gleich so... Ja. Ja. Das war sie. Was? Hast du mir gerade auf den Po gehauen? Da ist gar niemand. Was, 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 was? Ist das ein Spiel bei euch oder so? Ne, mir nen Freund. Ich hab gesehen, dass die das war. Ich hab gesehen, dass das war sie. Entschuldigen Sie, Entschuldigung? Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlassen auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und wenn du sehen möchtest, wie die anderen Frauen reagiert haben, dann check Alltagsflirt, ne? Da sind die anderen Reaktionen drauf. Auf jeden Fall auch abonnieren und liken und so alles. Wie heißt sie auf Instagram? Ähm, KFK. Sie heißt ähm irgendwas. Auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung. Mein Name ist Joker ToLulu aka The Freshmans auf YouTube. Wie ist es von mir ToLulu? Wir trauen am Schacht haben!